Genug von widerspenstigem Haar? Dieses Video präsentiert die ultimative Lösung für seidig glattes Haar ohne Kompromisse. Schluss mit Bad Hair Days. Den heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Haarglettern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir das Remington Glätteisen. Schau dir das an. Hochwertige keramikbeschichtete Borsten, angereichert mit Keratin und Mandelöl. Das bedeutet nicht nur geschmeidiges und glänzendes Haar, sondern auch eine Pflege, die deine Haare gesund aussehen lässt. Es ist wie Wellness für deine Haare, jedes Mal, wenn du es benutzt. Der integrierte Ionen-Generator reduziert nicht nur die statische Aufladung, sondern zaubert auch geschmeidiges und glattes Haar, das sich anfühlt, als käme es direkt aus dem Salon. Und das digitale Display mit drei Temperatureinstellungen von 150 bis 230 Grad Celsius gibt dir die volle Kontrolle über dein Styling. Keine Kompromisse, nur genau das, was du brauchst. Und hey, wenn du wie ich morgens nicht viel Zeit hast, wirst du die 30 Sekunden Aufheizzeit lieben. Keine Wartezeiten, keine Hektik, einfach einschalten und loslegen. Und das drei Meter lange Kabel gibt dir die Freiheit, dich zu bewegen, während du dich stylst, ohne dich in den Kabeln zu verheddern. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Haarglätter auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Dream Hair Glamour Haarglätter. Die eingebauten Emitter erzeugen negative Ionen. Das bedeutet nicht nur, dass dein Haar vor Kräuseln geschützt wird, sondern auch, dass es gesünder und glänzender aussieht. Die Turmalin-Platte reduziert Haarschäden und minimiert das Ziehen. Du wirst den Unterschied sofort spüren. Mit dem Dream Haarglätter kannst du deine Frisur nach Lust und Laune variieren. Egal, ob du Locken, Wellen oder superglattes Haar bevorzugst, die verschiedenen Temperaturstufen machen es möglich. Du kannst die perfekte Hitzeeinstellung für deinen Haartyp und deine Haarstruktur wählen. Hier ist noch etwas, was mich wirklich beeindruckt. Die schnelle und gleichmäßige Hitzeverteilung. Das schont dein Haar beim Stylen und du kannst in nur 30 Sekunden loslegen. Ja, du hast richtig gehört. Nur 30 Sekunden. Das ist schneller, als sich eine Tasse Kaffee zu machen. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die GRHD Glide thermische Haarbürste, vorstellen. Diese Hotbrush nutzt die Kraft der Keramik-Heiztechnologie in Verbindung mit einem Ionisator, um euer Haar auf eine perfekte Styling-Temperatur von 185 Grad zu bringen. Klingt fancy, oder? Aber was bedeutet das für euch? Ganz einfach. In nur wenigen Styling-Zügen könnt ihr euer Haar komplett transformieren. Das ist nicht nur ein Versprechen, das ist eine Tatsache. Das Beste daran? Die GHD-Glide eliminiert durch Ionen jeglichen Fritz und verleiht eurem Haar einen gesunden Glanz. Kein Ärger mehr mit rebellischem Haar, das in alle Richtungen steht. Stattdessen bekommt ihr mühelos glattes Haar, das einfach fantastisch aussieht. Die Kombination aus kurzen und langen Borsten in dichter Anordnung ermöglicht es euch, große Haarpartien auf einmal zu stylen. Kein endloses Rumgefummel mehr, einfach durch das Haar gleiten und voila, ihr seid ready to go. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Haargletter.